Viele Menschen haben richtig Angst, alt zu werden, weil sie dann unbeweglicher werden, weil sie dann Schmerzen bekommen, immer mehr Hilfe benötigen. Und ich bin hier, um dir zu sagen, es ist auch möglich, in Würde zu altern, zu altern ohne Schmerzen haben zu müssen, zu altern in voller Beweglichkeit, in voller Energie. Ja, das ist möglich. Und morgen verrate ich dir das Geheimnis schmerzfreien Alterns. Es ist eigentlich in einem einzigen Wort zu fassen, damit du schmerzfrei alterst und einfach Lust hast auf dein Leben, überhaupt keine Angst haben musst, alt zu werden, weil das Leben, das dir noch bevorsteht, hat so viel Schönes zu bieten. Und es ist viel zu schade, dass wir es zulassen, dass wir einrosten. Wir können so viel tun, dass wir ehrenvoll altern und dass uns so ein schlimmes Schicksal, wie wir es sehen, dass oft Menschen so im Rollator dahin siechen, so sage ich es jetzt mal ganz ehrlich, das kann man verhindern. Das ist oft hausgemacht und viele wissen es eben nicht. Ich möchte dir morgen alles mitgeben, was ich an Wissen habe. Ich versuche es zumindest in dieser Stunde von 9 bis 10 Uhr, dir alles kompakt mitzuteilen. Ich freue mich auf dich, melde dich an unter diesem Link.